So, hier, wir sind auf dem Weg hier zu der ersten Dschungelprüfung, hier, ich bin aufgeregt hier ohne End hier, hier, ich weiß nicht was die da einem jetzt da hinstelle hier, Kakerlack oder was da und so weiter hier, Schleimzeug da wie immer so, hier, ich bin total durch den Wind hier, hier, ich weiß nicht ob ich das Ding schaffe oder ob ich es gleich abbrechen soll hier, hier, ich bin total hier. Ball, hier, leg mich doch, doch, Dschungelcamp hier, Prüfung, hier, boah, Mann doch, jetzt ist es soweit hier, du, jetzt haben wir die Prüfung, Scheißdreck, du, ist doch bloß daheim geblieben, du, Mensch hier, hier, ich guck was ich machen kann und wenn es nicht geht hier, dann bricht ich den Scheiß ab hier und wir sehen uns dann hier wieder, hier, bis dann hier, tschö, macht's gut. Gut.